Der HikePack 27 ist einer unserer klassischen Wanderrucksäcke mit belüftetem Tragesystem hier in der Farbe Sage Green. Er ist eine ausgezeichnete Wahl für ein oder zwei Tagestouren und eignet sich auch als Familienwanderrucksack. Indem du den Hüft- bzw. Bauchgurt und den Brustgurt benutzt, kannst du den HikePack am Körper fixiert halten. Der Brustgurt kann außerdem flexibel in der Höhe verstellt werden. Das leichte Netzrückentragesystem bietet einen bequemen Sitz, passt sich flexibel der Bewegung an und sorgt dafür, dass die Luft zwischen Rucksack und Rücken zirkulieren kann. Am Hüftgurt ist links eine praktische Tasche integriert, in der beispielsweise das Handy, Tempos, eine Sonnenbrille oder andere kleine Gegenstände verstaut werden können. Der HikePack hat ein großzügiges Deckelfach mit einem Doppelreißverschluss, in dem die mitgelieferte Regenhülle verstaut ist. Die Seitentaschen und die Einstecktasche auf der Front bestehen aus elastischem und robustem Netzmaterial. Dort lassen sich Trinkflaschen, Jacken und andere Gegenstände verstauen, die schnell zur Hand sein müssen. Im großen Hauptfach befindet sich hinten ein Einsteckfach, in dem man eine Trinkblase verstauen kann. Sie wird dann mit der dafür vorgesehenen Klettfixierung befestigt und der Schlauch wird dann durch die Öffnung oben nach außen geführt. Wir bei Tatonka arbeiten stetig daran, unsere langliebigen Produkte noch nachhaltiger zu machen. So ist unser HikePack 27 mit einer PFAS-freien Imprägnierung versehen.